Sims. Wer alle kennen und wahrscheinlich lieben es die meisten auch in irgendeiner Art und Weise. Jedoch gibt es einen neuesten Teil, den es zur Zeit von Sims gibt, nämlich Sims 4. Ein paar Probleme, die mich doch ein bisschen daran zweifeln lassen, dass es quasi auch das Beste sein sollte. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch in Sims 4 schon einige Spielstunden, obwohl ich das Spiel noch gar nicht so lange besitze. Jedoch habe ich dort teilweise mehr Kritikpunkte als an den vorherigen Teilen. Und ich liebe dieses Spiel auch weiterhin. Das ist absolut eine Sache, die wird sich auch wahrscheinlich nicht einfach so ändern. Jedoch habe ich zur Zeit viel weniger Spaß als sonst. Denn es gibt ein paar Probleme, die mich so immens beim Spielen stören, dass ich mir denke, mache ich jetzt wirklich das Spiel an oder langweile ich mich dann doch lieber. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, was mich genau stört und ob man vielleicht daran sogar was ändern könnte. Oder ob ihr vielleicht sogar Tipps habt, ob es nur an mir liegt oder ob es ein allgemeines Problem ist. Einige würden jetzt sagen, es ist bestimmt, weil das Spiel ganz schön glitscht. Aber ich finde das Spiel glitscht gar nicht so viel. Vor allem dafür, dass ich sehr viel Custom Content installiert habe und Mods funktioniert das Spiel grandios, sage ich mal. Also es läuft flüssig. Ich habe jetzt auch nicht den besten PC der Welt. Aber es funktioniert trotzdem alles ohne Probleme. Und das ist natürlich so eine Sache, die muss man natürlich nicht unerwähnt lassen. Und wenn ich dafür bedenke, wie sehr Sims 3 geglitscht hat, ist das gar nichts. Würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen. Jedoch gibt es einen Punkt, der mich absolut stört. Nämlich die Galerie. Vor allem seitdem vor gar nicht allzu langer Zeit ein großes Update rauskam, wo eine neue Galerie vorgestellt wurde. Weil die alte ja total schlecht war und so und unübersichtlich. Alle waren enttäuscht und vor allem das größte Problem war, seitdem habe ich nicht einmal die Galerie nutzen können. Nicht mal das, was man auch offline nutzen kann. Heißt, wenn ich mir dachte, hey, jetzt stell mal einen neuen Haushalt. Oder ich möchte ein Haus oder ein bestimmtes Zimmer abspeichern. Dann ist das nicht möglich gewesen, weil das Spiel dann plötzlich abgestürzt ist. Beziehungsweise nicht wirklich abgestürzt. Es lief die Musik weiter. Und ja. Aber selbst wenn ich das Spiel dann zwei Stunden lang im Hintergrund offen hatte und mir dachte, okay, vielleicht speichert es das Blubbis dahin dann doch noch ab oder so. Es lief jedenfalls immer darauf hinaus, dass ich das Spiel beenden musste. Und das Spiel neu gestartet habe und dann geguckt habe. Und so wie man es vermutet hat, war nichts gespeichert. Ich weiß nicht, ob nur Vollidioten da sitzen, ob es ein eigenes Problem ist oder ob das halt wirklich viele haben. Weil tatsächlich in einigen Videos, die ich gucke, funktioniert alles. Auch wenn es ein bisschen dauert, bis es hochgeladen ist oder so. Oder bis es runtergeladen ist. Aber irgendwie geht bei mir gar nichts. Also es könnte tatsächlich sein, dass es einfach mein Problem ist. Aber ich wüsste nicht, woran es liegt. Ich habe schon einiges ausprobiert. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Vor allem letztens hatte ich mir gedacht, ich mache diese Rainbow Challenge, weil ich es absolut cool fand. Ich habe jeder Farbe einen bestimmten Charaktertyp gegeben. Und daraufhin klischee-mäßig ein Gesicht zum Beispiel erstellt. Und einen Körper. Damit ich alles vorbereitet habe und dass ich nur noch die Farben zuordnen musste. Ja, aber damit ich nicht alles neu machen musste, dachte ich mir, ich speichere das mal ab. War keine gute Idee. Auch wenn es noch frustvoller gewesen wäre, hätte ich die ganze Challenge fertig gemacht. Und dann wäre das Spiel RIP gewesen. Und ich muss sagen, das ist mein größter Kritikpunkt. Und das macht mich absolut traurig. Und deswegen möchte ich so wenig spielen, obwohl ich das Spiel super finde. Es ist halt einfach, ich denke mir jedes Mal so, entweder du machst dieses Spiel jetzt an und kannst quasi nichts machen. Oder ich kann was ganz anderes tun, wo es auch wenigstens funktioniert. Wisst ihr? Ich meine, selbst Sims 3 funktioniert da hingegen besser. Ich kann jedes Mal speichern und es ist kein Problem, okay? Und Sims 3 ist absolut ein Problem. So, was das Laufen vom Spiel flüssig angeht. Das war deutsch. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich wirklich nicht die Einzige bin, die dieses Problem hat. Weil es ist super frustvoll. Ich sitze jedes Mal davor und denke mir so, why? Und mein zweites Problem ist einfach, dass das Spiel absolut teuer ist, wenn man die Erweiterung haben möchte. Natürlich bin ich dann der Meinung und sage, okay, dann kaufe ich mir die Sache nicht auf MMOGA oder so. Mache ich auch bisher. Aber trotzdem habe ich einfach nicht das Geld dafür. Das ist vielleicht auch einfach ein Problem, was ich habe. Aber man zahlt auf jeden Fall über 300 Euro, wenn man das nur über Origin kaufen würde. Ohne Angebot und so. Oder sogar mit Angebot. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das dann so aufgeschnappt habe. Aber das ist absolut schrecklich. Sims 3 ist da halt einfach viel günstiger. Also ich meine, es kann auch einfach sein, dass ich aber nur Glück hatte. Weil teilweise kriegt man das auch für 20 Euro noch und so Packs. Aber trotzdem ist es insgesamt günstiger, vor allem weil es weniger Packs gibt. Und der Spiel, also Sims 4 soll noch drei Jahre mindestens Content erhalten. Das heißt, das Spiel wird noch teurer, wenn man alle möglichen Packs haben möchte. Und ich sehe in jedem Pack irgendwas, wo ich mir denke, ja, es lohnt sich, dieses Pack noch irgendwie zu kaufen. Auch wenn es eigentlich ekelhaft ist, 10 plus Euro dafür auszugeben. Aber naja, ich meine, also es lohnt sich letztendlich, weil ich eben so viel Zeit in diese Spiele verbringe. Das war schon wieder sehr gutes Deutsch, ja, ja. Aber wenn das Spiel weiterhin so viele Probleme macht, dann bringe ich ja schon gar nicht mehr so viel Zeit. Und dann lohnt es sich auch schon fast nicht mehr, die ganzen Packs zu kaufen, die mir noch fehlen. Und ich weiß nicht mehr weiter, wisst ihr. Es ist einfach nur anstrengend. Und ich hoffe, sie fixen das bald endlich mal wirklich mit dieser Galerie, dass ich zumindest offline abspeichern kann. Es geht mir nicht mal darum, dass ich es hochlade, weil ich mir dann so denke, so... Hm... Mir egal. Warum sollte ich das hochladen? Weil... Nee... Also hochladen tue ich eigentlich nur, wenn ich anderen Leuten irgendwas für ihre Let's Plays einschicken möchte. Aber ich möchte bitte wenigstens offline in meine Galerie zugreifen können. Sachen dort rausnehmen, dort reinpacken und abspeichern. Aber wenn nicht mal das geht, dann ist das halt echt ein harter Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Weil wie gesagt, ich hatte bei den Vorgängern noch nie Probleme, was das Speichern von etwas anging. Und das ist dann natürlich schon eine herbe Zurückentwicklung. Und das ist genau das, was nicht passieren sollte. Ich hoffe, Leute könnten mich da einigermaßen verstehen, weil das ist einfach absolut schrecklich. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also es gibt nichts, wo ich mir so denke, so... So schrecklich... Habe ich... Noch nie ein Spiel angesehen. Und das Spiel an sich macht mir ja Spaß. Aber nicht... Wie ich schon die ganze Zeit in diesem Video gesagt habe. Wie es ist. Deswegen, ich hoffe einfach, dass es alles besser wird in näherer Zeit. Dass sie sich da endlich mal dransetzen und nicht sich an andere Sachen Gedanken machen. Weil das ist einfach das Wichtigste, was dieses Spiel ausmacht. Und wenn man das nicht funktioniert, dann ist es einfach nur absolutes Problem. Und etwas, das niemandem gefällt. Kein Sim-Spieler denkt sich so, ach egal, wer braucht denn sowas? Dass jeder denkt sich so, hä? Wenn es da doch mal funktioniert, ist es so, ha. Aber es funktioniert halt echt selten. Vor allem haben sie letztens erst die Galerie einmal offline genommen. Man denkt so, ja, vielleicht haben die ja jetzt irgendwas gemacht, dass es funktioniert. Aber irgendwie hat sich nichts geändert. Und es ist sogar teilweise noch ein bisschen schlimmer geworden. Es ist einfach mal eine Hoffnung, dass es langsam wieder besser wird. Und dass ich dieses Spiel wieder vernünftig spielen kann, ohne mir zu denken. Ich bedanke mich an alle, die das hier gesehen haben und die vielleicht sogar gleich denken. Schreibt einfach mal, was ihr dazu denkt. Ob ihr dieselben Probleme habt. Oder ob das hat einfach wirklich an mir lebt. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.